Keine Willkommenskultur mehr, sondern Abschiebekultur. Das sagt Björn Höcke von der AfD, der ja nach der Landtagswahl im kommenden Jahr in Thüringen Ministerpräsident sein möchte. Aber hat ein Ministerpräsident überhaupt die Befugnis, Abschiebungen massiv voranzutreiben? Wie viele abgelehnte Asylbewerber gibt es überhaupt in Deutschland? Und warum werden so wenige wirklich abgeschoben? Und was kostet jeder einzelne Asylbewerber und Steuerzahler? Alles in diesem Video, bleibt wieder bei mir, los geht's. Es gibt wirklich sehr, sehr wenige abgelehnte Asylbewerber in Deutschland, die Deutschland dann wirklich verlassen müssen. Und zurück in ihr Herkunftsland gebracht werden. Ich komme ja gleich zu den Zahlen, aber dieses Zurückgehen, das bedeutet natürlich nicht, dass man diese Menschen auf die Straße setzt und sagt, nun seht mal zu, wie er wieder nach Hause kommt. Ziel ist das natürlich, diese Menschen in ein Flugzeug zu setzen und nach Hause zu fliegen. Ganz nebenbei, wenn das jemand freiwillig tut, also man wird abgelehnt in Deutschland und man geht dann freiwillig wieder zurück in sein Herkunftsland, dann bekommt man sogar noch Geld an die Hand, damit man einen guten Start in seinem Heimatland, in seinem Herkunftsland wieder hat. Björn Höcke sagt ja ganz klar, wenn er Ministerpräsident wird, dann soll der Erfurter Flughafen, ein regionaler Flughafen in Thüringen dazu genutzt werden, diese Rückführungsflüge massiv, wirklich sehr massiv voranzutreiben. Aber bevor wir jetzt zu den eigentlichen Zahlen kommen, was das Thema abgelehnte Asylbewerber, wie viel sind überhaupt dann wirklich oder wie viel gehen aus Deutschland raus und was kosten die uns überhaupt, ist doch erstmal die Frage, hat denn Björn Höcke überhaupt die Möglichkeit, Ministerpräsident zu werden? Und wenn man den Umfrageergebnissen, den aktuellen Umfrageergebnissen mal Glauben schenken mag, liegt das durchaus im Bereich des Möglichen. In Deutschland hat die AfD aktuell 21 Prozent in Gesamtdeutschland und wenn wir uns Thüringen anschauen, da sind das mittlerweile 34 Prozent. Jetzt schauen wir uns auch mal an oder denken mal drüber nach, was die aktuelle Bundesregierung so an Themen hat. Was uns Bürger beschäftigt, das kann natürlich gut möglich sein, dass dieser Wert von 34 Prozent noch weiter steigt, wovon ich persönlich ausgehe. Aber er wird natürlich nicht reichen, um alleine die Regierung zu stellen, sondern man braucht einen Koalitionspartner. Und da ist natürlich die Frage, wer könnte das sein? Die Zuständigkeiten in Deutschland, die sind durchaus so, dass wenn Flüchtlinge abgelehnt werden, also Asylanträge abgelehnt werden, dass dann die jeweiligen Bundesländer dafür Verantwortung tragen, diese Menschen auch abzuschieben. Natürlich geschieht das immer in enger Zusammenarbeit mit dem Bundesamt Migration und Flüchtlinge. Soll unterm Strich auch nur heißen, dass Herr Höcke, sollte er Ministerpräsident werden, durchaus die Möglichkeit hat, dieses gesamte Thema massiv voranzutreiben. Wenn wir seit 1950 in Deutschland überhaupt keine Zuwanderung gehabt hätten, dann hätten wir heute einen Bevölkerungsstand von ca. 71 Millionen Menschen. Leider ist es ja so, dass diese 14 oder ein Teil dieser 14, 15 Millionen Menschen, die aus einem anderen Land kamen, zu uns kamen, dass da auch ein Teil von abgelehnten Asylbewerbern sind. Aktuell haben wir 304.308 abgelehnte Asylbewerber in Deutschland. Das heißt aber nicht automatisch, dass diese 305 dann auch abgeschoben werden, weil 248.000 davon geduldet sind. Das heißt, es bleiben nur noch 56.163 über. Was diese Duldung bedeutet, das möchte ich euch jetzt mal erklären. Nach Deutschland komme, als Asylbewerber, ich reise hier ein, dann bekomme ich natürlich erst mal ein Dach über dem Kopf, etwas zu essen und zu trinken. Und mit Unterstützung kann ich dann einen Asylantrag stellen. Wenn dieser Asylantrag abgelehnt wird, heißt das überhaupt nicht, dass ich Deutschland wieder verlassen muss. Denn die Behörden haben die Möglichkeit, sogenannte Duldungen auszusprechen, was auch bei über 81% der Fall ist. Eine Duldung heißt, wenn jemand zum Beispiel nicht ausreichend Dokumente hat, wenn die Identität überhaupt gar nicht geklärt ist. Wenn ich jemanden im Verwandtschaftsverhältnis habe, der schon eine Duldung hat, bin ich automatisch auch mitgeduldet. Wenn ich krank bin und wenn ich eine Ausbildung mache. Auch das Thema, da frage ich mich doch. Ich befinde mich in einem laufenden Verfahren, wo doch gar nicht klar ist, ob ich überhaupt hier bleiben darf und mache eine Ausbildung. Aber sowas gibt es auch. Das sind keine Einzelfälle. Komme ich jetzt nochmal zurück zu den 304.000 abgelehnten Asylanträgen. Sind 81,5% davon dann trotzdem geduldet. Es bleiben nur 56.163 Menschen über. Aber selbst diese 56.183 Menschen, selbst diese müssen Deutschland nicht verlassen. Wie viele sind es denn unterm Strich, die dann wirklich abgeschoben werden? 12.945 abgelehnte Asylbewerber haben Deutschland 2022 wieder verlassen. Ich wiederhole nochmal. 12.945. Wir kommen von 304.000 abgelehnten Anträgen und landen bei 12.945, die schlussendlich dann wirklich Deutschland wieder verlassen haben. Wenn wir uns die einzelnen Bundesländer mal anschauen, die ja dafür dann die Verantwortung auch tragen, dann liegt Nordrhein-Westfalen ganz oben mit 3.118 und Thüringen mit 238 relativ weit unten. Heißt, der Flughafen in Erfurt, der wird sicherlich, wenn denn Herr Höcke Ministerpräsident wird, reichlich mehr zu tun haben. Wenn sich so viele Menschen in Deutschland befinden, die eigentlich nicht mehr hier sein dürften, dann stellt sich natürlich automatisch die Frage, was kostet uns das denn? Und nicht dem Staat, nicht irgendjemanden, sondern uns Bürgern. Das herauszubekommen ist nicht ganz einfach, weil natürlich die Länder, die Bundesländer, sehr, sehr unterschiedliche Kosten, je nachdem, wo diese Flüchtlinge untergebracht sind, dann auch haben. Die Berliner Morgenpost hat 2019 in einem Artikel dargestellt, dass in Hamburg ein Asylbewerber im Monat 1.951 Euro kostet. Wenn ich jetzt zugrunde lege, dass der Bund beschlossen hat, ab 2024 7.200 Euro im Jahr den Bundesländern für einen Asylbewerber zu bezahlen und natürlich zusätzlich noch die Kosten der jeweiligen Bundesländer oben drauf kommt, denke ich, ist man bei 2.000 Euro gar nicht so weit weg. Ich habe also jetzt mal diese 2.000 Euro angelegt pro Monat und komme schlussendlich darauf, dass wir fast 7 Milliarden Euro im Jahr zahlen für abgelehnte Flüchtlinge, die eigentlich in Deutschland nicht mehr sein dürften. Diese 7 Milliarden kommen so zustande, weil wir ja von diesen 304.000 abgelehnten Asylbewerbern trotzdem immer noch 291.000 in Deutschland haben. Und wenn man diese 291.000 mal 2.000 Euro im Monat ansetzt, kommen wir auf ungefähr 7 Milliarden Euro an Kosten. Meine lieben Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder bei mir wart. Ich freue mich auf das nächste Video. Euer Lars